Sind Sie öfter hier, wenn ich fragen darf? Der Strand hier ist ein geheimer Rückzugsort für mich. Ich meine von meinem Mann. Übrigens, ich heiße Marilyn. Connor. Oh, hey Mann, danke, dass du gekommen bist. Entschuldigung, ich konnte heute nicht eher Schluss machen. Nein, im Ernst, lass es mich wissen. Damit du ja nicht vergisst, warum wir beide uns hier regelmäßig treffen. Die schwierigste Zeit in Freiheit ist das erste halbe Jahr. Können Sie mir helfen? Suchen Sie etwas Spezielles? Ja, etwas über Mord. Ist das ja ernst? Irgendeins, wo der Ehemann ums Leben kommt, wenn es geht. Ah, ja. Selbstverständlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Oh mein Gott, das höre ich auch. Seit ich dir begegnet bin, denke ich bloß noch an dich. Es sollte niemals enden. Niemals. Er kommt nur noch ziemlich selten hierher. Ich hasse diesen Kerl. Vielleicht verlässt er mich ja. Vielleicht stirbt er. Wenn wir es wirklich tun, dann wäre es für immer. Ich sehe das auch so. Du hast doch ein Alibi für gestern Abend, nicht wahr? Wir sollten uns eine Zeit lang nicht treffen, bis die Ermittlungen zu Ende sind. Verbrechen zahlt sich eben nicht aus. Das weißt du aber nicht, wahr, Bates? Ist da was, das du mir sagen willst? Und dann werden wir zusammen sein, ja? Wie versprichst du? Wie versprichst du? Weil wir uns nicht aufhörten. Untertitelung des ZDF, 2020